und da alle guten dinge drei sind ja hunter unser kuh hat einen interessanten namen drei hunter habt ihr denn ja moscha also zwei hunter würde ja noch gehen aber drei ihr seid doch alle nicht mehr jetzt nicht und ich spiele bestimmt kein gar nicht was mit drei handern und zwei magiern ich spiele gar nicht ja eigentlich warum man das schon gar nicht mehr aufnehmen dann weiß man schon dass es eine katastrophe wird hätte ja auch retter nehmen können stimmt ich habe mich nicht daran gewöhnt dass ich den habe aber jetzt glaube ich auch nicht sehr viel besser gemacht gegen ja dann machen wir halt mal was anderes nämlich verlieren oder das gegnerische team kriegt sich gebacken spielt so schaß wie wir eben so könnte man sogar noch könnte es vielleicht klappen ja ich denke mal allein mit dem odin wird das schon wieder nachdem der aus seinem käfig leinchen jetzt rauslaufen kann könnte das unschön werden und der tor scheint zumindest auch zu wissen weil jemand tor spielt unter umständen zumindest und draußen haben wir wieder neu englisches wetter die nacht war gräselig super es hat gestürmt wie bescheuert für schlaf nicht unbedingt ich mag sturm prinzipiell ja nur dieser sturm es hat sich echt so gedacht als wäre man irgendwo auf der farm von dorothy und würde gleich nach ost getragen ja gut ja ja hallo tor hallo okami du bist nicht tor du bist miss ist vorbau ich verknärfe wird sprüche wie aber ich habe einen dicken hammer und du hast gespürt du musst das nicht immer so wörtlich nehmen meins willst du ein anderes oder nachdem die ja auch schon meinen uns tiefen penetrieren zu müssen aber der tor kommt auch davon das kann doch nicht wahr sein es hat ja außer mir immer wieder keiner was gemacht gegen die wir uns beiden der kubel da mal mit der hartbombe oder so draufgegangen wäre der tot okay ich gehe mal zurück das machen die ganzen dinge ein schönes und der koko ulti dienst nichts das kann da kommt das tor ulti hallo ok jetzt einfach aus meinem bandage rausgelaufen interessant und der mit der ding nö ok ich bin verwirrt ich habe nicht mal mehr drauf geschossen ok ich bin nahkämpfer ich kann über die entfernung nicht treffen und mein dingswumms war ausgelaufen mein fernkampf trams wie ausgelaufen war ja meine zwei sorgt dafür dass ich über sechs sekunden fernkampf mache ich habe keinen bana mehr ja unsere medusa ist tot naja dann werden zwei wieder auferstehen oder zumindest eine mit zwei köpfen dieses wildschwein geht jetzt ganz schön auf den zeiger seitdem wir das gebufft haben ja das ich weiß nicht wie es vorher war aber das nervt da stimmt ich helfe dir mal ein bisschen ja ich verpüße mich mal die haben die zeit von dem vier mal eben auf drittel reduziert hä ich stelle vorher glaube ich 1,5 sekunden gebraucht für ein neues ziel jetzt braucht es nur noch 0,5 da kommt ein tor aua los meine torenkrieger nein hallo tor ich versuche mal wegzukommen natürlich hey sag mal hat unser komischer kuppet eigentlich schon einmal helft geschmissen wenn habe ich nicht mitgekriegt gut ich auch nicht also wahrscheinlich nein es wäre sinnvoll tschüss dieses mal war es meiner das muss ich nur selber wegkommen tonkrieger tut was für eure herren so so nein böse minions ah ich hab was ich hab Odim am Arsch glaube ich aua kann man da was gegen tun und er geht ins sanctuary sooo aha daneben und da kommt ein Odin und da geht ein Kuckuckuck und da ultiht ein Tor ja wo ultiht er hin hier mitten in die Masse meins und da kommt noch was ganz anderes mir hilft natürlich wieder keine Sorge haha ja ja wenigstens hat er mal gut ich bin in die richtige Richtung geultiht so das ist doch nicht ich glaube ich als nächstes so das noch ja schade oh nein 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 Leute 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 hallo haua ja das denke ich mir auch so ein bisschen schön ich war mal so frei mir den kill zu nehmen ja ja so wie das aktuell steht nehme ich darauf keine Rücksicht ja ja das ist ganz klar aber dass sie in Führung liegen grenzt für mich irgendwie an ein Wunder ja das ist aber nicht viel wieso auch immer du da rein ultiht Kuckuckuck weil er da Kuckuckuck ist oh das hätte jetzt aber nicht normaler sein können böses Kuckuck ich brauch die doch für mein Ego Torholtid jo ah shit ja Kuckuckuck schmeiß Herzen und man kann dir besser helfen du also ich habe ihn noch nicht einmal gesehen dass er das gemacht hat noch nicht einmal für sich selbst hier allein also tut man das nicht inãos ja ja ö auch au ach guck mal jetzt nachdem ich ihm geschrieben habe, da macht er mal was so mal gucken ob ich jetzt noch lebend davon komme mhm ooo das nehmen wir mit dann holen wir uns mal ein bisschen Verteidigung der war gerade guldheed mhm 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 Jo, ich krieg hier grad alles ab. Schieberlange Ulti. Und das von Artemis und so weiter und so weiter. Und noch mehr. Nein, 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 nein! Nein! Keiner war da. Wie schade. Immer wieder bei 5 Kills. Immer wieder bei 5. Wieso bin ich eigentlich schon wieder mit 3 Leuten allein vor der Basis? Da müssen wir das eben so machen. Und wieder von neu hin anfangen. Ja. Arbeit, Arbeit. Dreckiger KS-Dealer. Ja. Definitiv. Warum auch immer der Kupe da reingeht? Ich verstehe es nicht. Lalalalalala. Einfach mal wieder bis so hochheilen. Ich rumge immer nach Mana. Ja, beides. Achso, Mana Camp. Ich helfe dir. Passt. Ja. Komm, dritt man sich um, werden sie wieder überrannt. Ja. Ja. Richtig. Nein. Direkt vor der Linie. Fuck you, Thor. Fuck you, Thor. Und die scheiß Medusa klaut für den nächsten Kill. Grrrr. Ich glaube, ich kaufe jetzt mal das, weil ich glaube nicht, dass mir das andere noch leisten kann. Der Kupe geht mal wieder drauf. So. Du willst den Odin fressen. Und da kommen schon wieder so viele. Wo ist der Rest? Und unsere Medusa hat auch keine Überlegs gekauft. Glückwunsch. Ah, jetzt hat dieser Kupe. Macht der eigentlich noch was anderes außer sterben? Null. Schnell. Schuhe, Schuhe. Schneller, schneller. Weg, weg, weg. Wollte ich mich schon wieder was ins Kreuz hüpft. Das mag ich nicht. Oh, Thor. Ich komme auf eure Lane. Ich will ja noch mehr reinhüpfen irgendwie. Ja, ja. Wenn sie sich jetzt mal schnell holen. Alter, zwei wären tot von denen. Einfach mal. Ach, okay. Aua. Weg wollte ich sagen. Ja, ich habe das Tor noch gefressen und dann kam leider was anderes. Wo war der Rest vom Team? Wow, der Kupe ist fast schon wieder verweckt. Hä? Wieso geht ihr nicht mit, Kuckuck? Mein Gott. Oh Gott. Einfach mal mitspielen. Oh Gott. Ist das dein ersten Kill? Ja, mir geklaut. Aha, okay. Wow. Oh, nicht nicht, nicht, nicht. Kein fliegender Tor, das heißt keine Ultis von oben. Ja. Ja, da habe ich jetzt nicht hingeguckt. Damit meine ich nicht, dass er eine Schildkröte ist. Hehehe. 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 Oh Gott. Das hat das gewonnen haben. Hehehe. Was hast du? Hehehe. Hehehe. 10, 4, 23. 10, 4, 23. Jo, passt doch. Und Clan Together Gold habe ich auch noch gekriegt. Uh, schick, schick. Mal gucken, was da jetzt der nächste Tier ist. Ich glaube, da gibt es auch noch einen Diamant oder so drüber. Hehehe. Oh, hier geht es wieder los mit Stürmchen. Hehehe. 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 Was hat denn unser Kuppel? Der Einkill, hey. Hehehe. Medusa ist aber deutlich öfter gestorben. Hehehe. Hehehe. Wie gesagt, dass man gar keine Relics holt. Ich verstehe es immer noch nicht. Vor allem, wenn man jedes Mal rausgeht, diese penetrante Nachricht kriegt. Ach, ja. Sollte man mal was. Es ist einfacher, damit es jeder mitkriegt und auch kauft. Weil es sich holt. Mhm. Ja. Ja. Menschen sind Menschen. Menschen sind Menschen. Hehehe. Damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.